Hallo zusammen, ich bin Elion, ich mache eine Lehre als Industriekeramiker hier bei Laufen und jetzt würde ich dir gerne meinen Beruf zeigen, was ich so mache. Im Beruf Industriekeramiker gibt es sechs verschiedene Fachrichtungen. Hier bei Laufen werden zwei Fachrichtungen ausgebildet, Finkeramik und Modellbau. Ich habe mich für Finkeramik entschieden. Während der Ausbildung lerne ich alle Stationen von der Keramikproduktion kennen. Die Aufbereitung der Masse, die verschiedenen Gussverfahren und auch das Glasieren und Brennen der Keramik hören dazu. Bei der Fachrichtung Modellbau lerne man die Produkte bauen. Vom Fräsen des Modells über die Fertigung von Prototypen begleitet man den ganzen Prozess bis zur Serienfertigung in der Produktion. Ich interessiere mich sehr für Technik und arbeite darum auch am liebsten im Labor und im Druck aus. Für die Ausbildung im Modellbau sollte man handwerklich schick sein, räumliches Vorstellungsvermögen und eine gute Feinmotorik mitbringen. Bei der Fachrichtung Finkeramik sind Interessen an der Natur, Rohstoffe und Mathe wichtig. Außerdem gefällt mir die gute Arbeitszeit und die Zusammenarbeit mit den Leuten im Betrieb. Ich hoffe, ich habe dir einen guten Einblick gegeben. Falls du Interesse hast, schick doch eine Bewerbung bei uns. Wir würden uns freuen auf dich.